Hallo und herzlich willkommen zurück bei Sammlerwelt. Ja, die Hashtag BOOM ist erschienen und da war eine limitierte Karte dabei, Fabregas für Road2EM, habe ich geöffnet, ist auf meinem Kanal zu finden, darum geht es jetzt aber nicht, ich habe nochmal ein extra Video gemacht, da war nämlich noch mehr dabei, nämlich einmal Higgs als limitierte Karte für die Dragons Sammelserie, ihr seht hier noch meine Kamera im Hintergrund, so wie immer. Und Dragons, ein Booster ist nämlich noch dabei, ist da noch mehr dabei, ich bin mir gar nicht sicher, für Dragons, weil angeblich sollte da noch irgendwie so eine Sache dabei sein, ach, ich erinnere mich, das ist das hier, so eine Sammelfigur glaube ich noch, wird auch noch ein extra Video zukommen, aber hier, dieses Pack wird noch geöffnet. Und ohne Zahn, oh, eine Drachenkarte, die fühlt sich einfach wirklich gut an, diese Karten hier, wer ist denn das, ein Hakenzahn und Rotzbacke, Schädelbrecher und Hand drauf, grenzenlos, ohne Zahn und Higgs und Fleischklops. Ja, das war es eigentlich mit diesem Video, Higgs nochmal hier als limitierte Karte, ziemlich cool, also ich hoffe euch hat es gefallen und bis zum nächsten Mal, tschüss.